Lieber Steve Merson, eigentlich haben wir dich gerne, aber was ist das für eine weirde Aktion wie im Alpenmaren? Ich bin der erste Influencer der Schweiz, der das ganze Alpenmaren für einige Monate aus allen Kantonen genietet hat. Ein Vater hat sich beschwert, dass wegen dieser Community-Aktion der Schwimmkurs gestört worden ist. Das ist das grösste Problem. Ich habe noch ein paar andere Fragen. Wieso hat der Dude in einem Hallenbad eine Lederjacke genommen? Der schnellste auf der Genre und nimmt dir mit heim. Und sorry, wenn einem erwachsenen Mann Kinder unten an der Rutsche einen Playstation 5 verspricht, dann ist der Schwimmkurs nicht deine grösste Sorge. Du hast gewonnen. Aber wie ich siehst, es gibt einfach Playstation 5. Oh mein Gott. Entschuldigung, kein Playstation 5, sondern Playstation 5. Einfach Playstation 5. Für alle über 8-Jährigen, die sich jetzt fragen, wer ist das? Der Steve Merson ist ein Döner-Tester, der es in einer Community Geschenke macht, wenn man ihm folgt. Hat er das auch im Alpenmaren gemacht? Folgst du Steve Merson? Hilfe, ich kann nicht schwimmen. Folgst du Steve Merson? Folgst du Steve Merson? Nein, aber er folgt mir seit 15 Minuten durchs Schwimmbad. Ich habe Angst. Er will dir nur einen Dyson Air-Rap geben, weil du nasse Haare hast. Alles gut. Also ich folge Steve Merson. Hey Steve, schick dir Föhn.